ja liebe leute ich habe also das glück in einem ort zu wohnen wo so eine schöne wasserburg zu bestaunen ist burg oder schloss das ist hier schloss wissen und schloss wissen wurde also namentlich das erste mal 1371 erwähnt der zutritt ist nur für anwohner hier unten sind galerien und so weiter drin künstler und auch die familie lebt also noch hier im haus kapelle das ist jetzt mal ein restaurant das wurde umgebaut dahin gibt es also noch pferdeställe und insgesamt ist diese ganze geschichte ziemlich ländlich gelegen wie finde ich meine spots und wie finde ich etwas über meine gegend heraus die historie wo finde ich also schöne spots zum suchen wie bekomme ich also informationen wenn zeitzeugen nicht mehr da sind dann gibt es halt technische hilfsmittel ich wohne ja also in NRW und habe das glück dass ich mit einem online portal tim-online.nrw.de zusammenarbeiten kann das also ein geoportal da kann ich also historische karten über die heute gelegen und sehen welche wege fahre und so weiter gab es früher welche sind heute nicht mehr eingezeichnet was ist zugewachsen was kann ich anhand des digitalen geländemodells noch wiederfinden und da drüben in dem wallstück ist also ein gutes beispiel dafür und da fahren wir jetzt mal rüber so und ihr stellt euch einfach vor hier gäbe es keine straße sondern nur ein schotterweg oder vielleicht kopfsteinpflaster und keine autos im hintergrund sondern pferde vor dem fuhrwerk und vielleicht hat man den schmied gerade hufeisen anschlagen das sind ganz tolle orte und ich bin immer froh wenn man das besuchen darf so und wenn das soweit öffentlich zugänglich ist die atmosphäre ist also super das hier ist ein ehemaliger stall eine pferdestallung und jetzt kommt euch das mal an der wahnsinn einfach nur schön hier kommt eine schöne alte brücke rechts von uns ist also der schlosspark und das wird natürlich unheimlich kitzeln da mal mit der sonde durchzuschränken über die jahrhunderte werden da wohl viele kinder gespielt haben und ihre kleinen schätze in form von spielfiguren und münzen und naja was man ein kind ebenso als schatz angesehen hat man muss sich ja auch so ganz schön durch die wildnis schlagen damit man was zu sehen bekommt und würde man jetzt auf den offiziellen wegen laufen wird man wahrscheinlich nicht finden und das hier so ein kleiner versteckter weg so und zwar wenn wir jetzt in die richtung blicken durch die bäume durch kann man natürlich nicht sehen aber da steht das schloss an dem wir gerade waren und dieser dieses schloss hatte früher mal ein eiskeller wie alt er jetzt ist das weiß ich nicht jedenfalls der eiskeller der existiert noch aber nicht mehr als eiskeller sondern als ruine und der wurde früher also auch von der wehrmacht benutzt als stellung unter schloss wie auch immer ich kann es nicht genau sagen und ich hatte mich also hier mit einem pensionierten polizisten unterhalten und er sagte eben dass er als fünfjähriger hier schon gespielt hat und dass das seitdem unverändert ist unverändert bedeutet also erstmal ist hier wirklich außerwald nichts hier gibt es also keinen echten zu weg nur halt ringsherum diese dicken stämme so und vor uns sieht man also den hügel hätte jetzt einmal schon große ding die stämme sind relativ dick wo man sieht auch die wurzeln die sind also extrem ausgeschlagen um einfach ihren hals zu bekommen um diese dieses gewicht aufzufangen über die jahre so schon wieder viel zu viel über andere sachen gequatscht deswegen wir gar nicht hier sind so und der eiskeller selber ist auch so gar nicht ausgeschrieben man kann auch jetzt nicht nach weh zu kommen und sagen ja da steht er auf dem schild da fahren wir jetzt mal hin nein den eiskeller habe ich nämlich über das geoportal gefunden ist bekannt über geocage zum beispiel so man sieht also hier noch das alte gewölbe und da oben ist halt so ein geocage drin so man sieht die kleine box da unten so wenn ich jetzt hier und drin stehe obwohl es eigentlich offen ist und so weiter man merkt dass das feucht kalt ist aber es kühl sehr kühl und wir haben gerade aktuell 32 33 grad hier bei mir also ich könnte mir vorstellen dass das ding schon ordentlich kühl gehalten hat schön anzusehen so jedenfalls das ding habe ich hier so gefunden und zwar über eben team online und damit habe ich noch ganz andere sachen gefunden und ich wollte jetzt einfach erklären wie gehe ich vor wenn ich bestimmte sports suchen möchte und wie gehe ich zum beispiel auf dem acker vor das finde ich also auch aus indem ich zum beispiel alte handelswege finde die man heute aber auf der aktuellen karte nicht mehr sehen kann die man einfach über gewisse tricks finden kann und was ich euch gleich zeige ist halt auch über diese schummerung gefunden worden diese wege sind also nicht mehr eingezeichnet und die sind auch sehr zugewachsen aber ja in den nächsten aufnahmen werdet ihr jetzt sind wir auf der anderen seite vom waldstück ungefähr in die richtung ist der eiskeller wie eben gezeigt und hier geht ein schöner langer schotter weg lang sondern er zieht sich ein ganzes stück und der weg ist auch offiziell eingezeichnet in der karte genauso wie dieser kleine hier der ist also auch offiziell eingezeichnet das ist und seiten wie ich den erkläre ich euch später an der anhand der karte am computer und nach leider waren hier die forstarbeiter und haben hier alles rummelig gemacht jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig hier mit kamera und fahrrad hier durch zu stopfen aber das kriegen wir schon hin so und soweit fällt erstmal gar nichts auf wird man es also nicht wissen würde man den weg jetzt ganz easy lang laufen vielleicht sogar meiden weil er eben so zugewachsen ist und wirklich wenn es also nur ein paar leute wissen aber offiziell ist das nie irgendwo angegeben beschrieben erklärt und so weiter das habe ich jetzt also tatsächlich anhand der karten gefunden wie man sehen kann der weg ist total unauffällig ebenso ein forstweg so und auch jetzt fällt eigentlich nichts großartig auf immer noch weg wir laufen aber jetzt schon parallel zu dem original weg und zwar ist das hier ein weg der wurde später erst angelegt und der original der ist nämlich da drin so und jetzt versuche ich mal ein einstieg zu finden wie gesagt das ist der original weg was man ebenso weg nennt jetzt natürlich die forstarbeiter ist das alles ein bisschen kraut und rüben ist aber mal besser aus so das ist der original weg beziehungsweise der nachträglich gebaute weg so und jetzt gehe ich für euch hier mit nackte beine durch diese ganzen vertrockneten dornen muss ja echt verrückt sein so wie auch immer jetzt wird es ganz interessant und die ganzen mücken sitzen unter den blättern die scheuche ich gerade auf die werden mich gleich wohl mit vorliebe verspeisen so und zwar wenn man jetzt genau guckt in diese richtung dann sieht man also hier eine ganze reihe kastanien und hier auch eine ganze reihe kastanien das hier ist der alte parkweg vom schloss da drüben man kann es immer noch nicht sehen doch da kann man ein bisschen dach von dem schloss sehen so aber das hier ist der alte parkweg oder ein weg vom park im schloss das sind also alles uralte kastanien wie dick wird der stamm sein im durchmesser mindestens ein meter zehn oder meter zwanzig naja was soll ich sagen also wie gesagt ich behalte mir das mysterium schatz immer im hinterkopf und da wir eben so einen schönen ort haben würde ich also niemals hier meine sonde ansetzen da zu wissen dass hier vielleicht eine schöne alte taschenuhr im boden liegen könnte eine goldenmünze ein anhänger ein spielzeug wie auch immer das reizt mich viel zu sehr als dass ich jetzt hier mit der sonde alles durchsucht hätte und nachher finde ich dann doch nur eine alte coladose und irgendwelchen schrott den doch keiner haben wollte dann ist das ein bisschen dann ist der platz nicht mehr so zauberhaft für mich jedenfalls ich weiß nicht ob ihr es gut auf der kamera erkennen könnt aber das ist halt die alte allee und auch die zeige ich gleich mal am computer wie die da aussieht auf der schummerung wo man also darauf achten sollte wenn man solche spots finden möchte ich würde den weg so auf sechs meter breite schätzen und hier ich sehe nicht ein einziges steinchen kein keine bebauung kein überhaupt gar nichts so der nächste weg ist halt da ist ein grüner busch da und dahinter ist halt der weg der über die ganze länge nach hinten hin führt wie gezeigt also das ding hier ist schon sehr lange unberührt und ja so finde ich halt meine spots so 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 damit bin ich wieder zurück zu hause am heimischen pc und ich wollte euch jetzt mal zeigen wie ich diesen sport ausfindig gemacht habt ihr habt ja selber gesehen das schloss an sich ist also im außenbereich frei zugänglich und publikums magnet und da muss man ja wenn man hier in der ecke wohnt einmal gewesen sein um sich das anzugucken und wie gesagt da an der nir selber also der fluss der nebenher läuft äh da kann man also noch kanu fahren und da gibt es einen radweg einen nirzwanderweg und viele aktivitäten werden da also durchgeführt da gibt es ein äh freizeit oder einen wild campingplatz und so weiter das ist also immer irgendwie was äh weswegen man da in der ecke zu besuch ist und deshalb bin ich darauf gekommen und in NRW gibt es also ein portal ein geoportal das nennt sich tim online und äh das gibt es für verschiedene äh länder auch allerdings nicht in dem umfang wie für Nordrhein-Westfalen also was ich euch jetzt zeige ist nur für Nordrhein-Westfalen dann gibt es noch äh für bayern noch das geoportal geoportal gibt es insgesamt glaube ich für jedes bundesland äh das könnt ihr mal eingeben oder machen wir gleich zusammen jedenfalls äh der youtuber pso das ist also auch ein sondler und der zeigt dann ganz genau wie es in bayern funktioniert mit dem bayern atlas und mit dieser schummerung mit diesem 3d geländemodell dgm und jetzt gehen wir einfach mal hin und ich zeige euch jetzt einfach mal wie ich es gefunden habe also oben tim-online.nrw.de funktioniert leider nur für NRW aber so erkläre ich euch mal die rangehensweise ich bin also in der nähe von dem schloss und beschließt dann mit meinem Hund einfach da ein bisschen spazieren zu gehen und entdecke dann zufällig den Eiskeller weil das ist halt ein markanter Punkt und gerade als Sondler und Schatzsucher und Schatzjäger dann bekommt man also irgendwann ein Auge dafür für Unregelmäßigkeiten im Gelände und so weiter und so bin ich da halt drauf gekommen die ganze Gegend mal ein bisschen genauer anzuschauen und wenn wir jetzt da mal hingehen so hier ist also mein Wohnort und hier unten ist das Schloss Wissen hier waren wir eben mit der Kamera hier sind wir reingefahren hier sind wir oben hier ist der Eingangsbereich und hier ist halt der Schlossgraben die Hauptstraße und hier wird es dann halt ländlich hier ist wie gesagt die Niers Kanufahrten Radwanderweg und so weiter hier hinten ist halt noch dieser Naturcampingplatz oder Natur Grillplatz Picknickplatz wie auch immer und das hier ist jedenfalls das Waldstück wovon ich gesprochen habe das ist das Haus an der Ecke das ist vermutlich oder ist sehr wahrscheinlich das Herrenhaus was hier zum Schloss gehört und eben auch dieser Schlosspark der mir aber so nie als Schlosspark bekannt war aber aufgrund dessen dass ich mich für die Geschichte von dem Schloss interessiert habe habe ich mich natürlich auch ringsherum ein bisschen umgeschaut weil es gibt immer irgendwo Pferdeställe Schmieden und so weiter die ein bisschen abseits von dem Schloss geschehen eigentlich sind und deswegen habe ich hier halt mal geguckt und da scheint mir irgendwie so der nächste das nächste Waldstück zu sein am Schloss und da bin ich halt hingegangen und habe mir erstmal die historische Karte herangezogen und zwar wenn ich eben auf Timonline bin dann kann ich halt oben den Reiter öffnen und dann kann ich mir verschiedene Karten anzeigen lassen unter anderem auch die historische Karte und wenn ich die jetzt mal öffne dann kommen mir also verschiedene Karten mit verschiedenen Daten zum Vorschein und das hier scheint mir die älteste zu sein die französische die kriege ich jetzt an und dann wird sich also in dem Bereich die Karte verändern und zwar die Karte aus dem Jahr 18.1 bis 28 wird sich also über die heutige aktuelle Karte legen wie man sehen kann die ist von 2019 und da lege ich jetzt also mal die Karte drüber ich klicke die jetzt an Achtung so und schon legt sich hier die alte Karte rüber die ist natürlich ein bisschen versetzt früher gab es diese Messinstrumente nicht wie heute insgesamt steht aber das Schloss hier das ist eigentlich von der Karte zu damals und heute fast unverändert und der Nears Verlauf geht hier ein bisschen anders also der kleine Fluss und wie man jetzt sehen konnte das bildet also hier so ein X und nochmal ein Strich in der Mitte durch da konzentrieren wir uns jetzt drauf und hier ist also die Mitte das ist so für mich ein Treffpunkt da bin ich drauf aufmerksam geworden und hier kann man also auch sehen hier ist so ein kleiner Kreis ein kleiner Hügel und da sind dann so Striche unten dran und das bedeutet einfach Erhöhung, Hügel, Anhebung wie auch immer und dann gehe ich halt nochmal hin und vergleiche das mit heute nochmal ich mache also die alte Karte weg so und jetzt sehe ich aha das X ist getrennt hier fehlt also ein Strich so aber das X ist soweit erhalten noch aber was ist das für ein Punkt hier unten den hole ich mir jetzt über das digitale Geländemodell rein und zwar hier so und dann sage ich ihm gleich Schummerung und dann passiert folgendes die Karte hier wird überlagert von einer digitalen Karte wo man also unterschiedlich Höhen und Tiefen sehen kann Geländestrukturen und wenn man sich jetzt erinnert dieses X besteht ja auf der alten Karte und auf der neuen ist das noch fast vollständig nur hier fehlt jetzt halt ein Strich und eben hier müsste ja dieser Hügel eingezeichnet sein was er aber nicht ist und zwar gehe ich dann auf die Schummerung hier unten und jetzt passiert folgendes zack so und jetzt bekommen wir die digitale Karte über die heutige gelegt die mischt sich also ich könnte jetzt die neue noch wegschalten und dann hätte ich nur noch das Geländemodell aber zur Veranschaulichung lasse ich das mal eingeschaltet also wie gesagt dieses X hier besteht noch bis auf diesen Arm und den kann man aber hier auch in der Schummerung noch erkennen der ist noch da und hier sieht man plötzlich auch den Hügel den Eiskeller der ist also auf dem Weg nicht ersichtlich wenn man da also rein läuft ihr habt es gesehen ziemlich hohe Brennnesseln Brombeeren und so weiter da kommt man so eigentlich nicht rein so über diese Karte habe ich das ganze eben gefunden diesen kleinen Hügel und auch diese kleine Allee diese Original Allee ich vermute einfach dass der Strich hier ist halt der nachträglich angelegte Weg und das hier ist der erste Weg meiner Meinung der ist auch sehr viel älter und hier sind auch diese kleinen Punkte die ihr seht Punkt 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 und so weiter und eben diesen langen Strich das ist der Weg den wir zusammen gelaufen sind und der eben jetzt komplett verwachsen ist und der fühlt sich hier noch ein bisschen durch aber man sieht es halt schlecht so hier ist auch nochmal so eine ich sehe es auf dem Monitor sehr schlecht ich weiß nicht wie die Bildschirmaufnahme nachher ist jedenfalls gibt es da noch so kleine zugewachsene Punkte die man dann erkennt wenn man da drin steht aber nicht wenn man jetzt eben die offiziellen Wege läuft und das sind halt ganz interessante Spots und ich kann euch garantieren wenn man jetzt also mit dem Detektor hier lang läuft da wird auf jeden Fall was zum Vorschein kommen aber ich bewahre wie gesagt dieses kleine Mysterium könnte könnte nicht ich finde das sehr spannend und ich finde das jetzt schade quasi eine verschlossene Dose vor mir zu haben und super spannend jahrelang zu wissen da könnte was drin sein was wertvolles da könnte auch nur ein Stück Zeitung drin sein und dann mache ich es auf und bin dann später enttäuscht dass ich mir das das eben genommen habe deswegen würde ich gar nicht auf die Idee kommen und deswegen lasse ich da auch die Finger weg und lasse alles wie es ist und ja für andere Länder gibt es dann halt noch zum Beispiel ich weiß dass es ein Geo Portal in Rheinland-Pfalz gibt klicken wir das mal an so einfach nur kurz als Beispiel und dann gibt es hier auch verschiedene Karten ob es hier eine Schummerung und historische Daten gibt das kann ich nicht sagen da müsste jeder für sich selber gucken aber es gibt dann wahrscheinlich auch Geo Portal sagen wir mal Brandenburg einfach so als Beispiel und jedes Bundesland hat sein Geo Portal aber jedes Bundesland hat das auch für sich selber eingerichtet ich kann also nicht sagen dass es hier eine Schummerung gibt oder historische Karten aber da könnte man sich wahrscheinlich mal schlau machen für Bayern gibt es das wie gesagt schaut mal bei dem YouTuber PSO vorbei und dann sucht mal bei dem in den Videos unter der Geo Portal Bayern und der erklärt das mit dieser Schummerung also auch ganz genau und ja das soll es eigentlich gewesen sein wenn dazu Fragen sind gerne unten in die Kommentare und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video macht's gut bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Video